was ist eigentlich mit dem zeug hier hamster remains remains hier liegt immer noch zeug rum hamster remains ach so das sind vermins das ist zeug was die katze erlegt hat sollte sie sollte ich auch mal aufräumen refuse gather vermins so jetzt sollten die auch eingesammelt werden die hamster überreste was sagt meine küche die sagt wir haben pond turtle wir haben plan payments die nicht verkauft werden prickleberries das zeug hier wird verkocht aber nicht verbraut so gut nur plant payments und sweet pots werden verbraut jetzt können wir der küche sagen feine meal herstellen mal wieder weil jetzt haben wir genug was wir daraus herstellen können und hier wird immer noch fleißig getränke gebraut und man sieht hier wurden sachen abgeliefert also hauptsächlich shells und rufe also vor dem pond turtles und wir haben neue wir haben ja noch keine neuen tische was macht mein mason bitteschön er stellt immer noch türen her ok akzeptieren wir so ein stockpile mit custom settings mache ich mal kurz nicht unbedingt hier sondern hier oben in die ecke change settings erlaubt plant animal aber für nicht kurz müsste das normalerweise sein type erst mal block all und erlaube nur artefakte so und zwar von allen typen so jetzt müsste da genau ein artefakt platziert werden das ganze können wir natürlich auch noch mit ein paar bins gut besser machen jetzt wird hoffentlich das artefakt da platziert wenn es denn irgendeiner hat was ist das ob es das war bereits ich wollte bin es haben bitte ok ich wüsste trotzdem immer noch zu gern wo das artefakt gerade rum liegt aber man kann ja leider nicht zum artefakt folger hat kiel nö das wollte ich eigentlich jetzt nicht ist es da drin nö da ist fiber cloth drin wo ist das art du nur bloß dringelandet. Gabro-Figurien? Nö. Rock-Kristall. Noch mehr Rock-Kristall. Fittisch-Gut. Figur von Menschen. Weil der Zwerg, der Zwerg, der das hergestellt hat, der reagiert da ziemlich allergisch drauf, wenn wir okay, das ist nur eine Chestnut-Bin, die leer ist. Reagiert ziemlich allergisch drauf, wenn wir sein Artefakt vertauschen. Deswegen sollten wir da immer aufpassen und ich möchte hier bitte eine Tür hinhaben. Ach ja, und ich muss dem Ding hier ja auch eh noch was wegnehmen. Und zwar du tust keine Artefakte mehr einlagern. Brücke ist weg, also gibt es jetzt hier erst einmal einen Channel-Befehl. Damit der Graben endlich mal fertig gemacht wird. Und dann bauen wir da eine neue Brücke drauf, ab diesmal richtig. Und ja, man sieht schon Dwarf Fortress ist sehr, sehr viel Feintuning. Ja, ist gut. Das war schlecht bedacht. Und noch mehr ist kollapst. Seid ihr nur verletzt? Na, zum Glück fallen sie nicht sehr tief. Ja. Das ist ein sogenannter Cave-In. Und schon wieder einer. So, da ist natürlich jetzt alles eingestürzt. Building. Kann passieren. Bridge. Ups, das ist Bett. Bridge ist G. Brücke. Und zwar dreimal. Ups, das war die falsche Taste. Genau so. Und zwar müssen wir jetzt doch nö, so nicht. genau, dass sie sich so hochzieht. Und zwar hier oben wird angezeigt. Genau, hier können wir steuern, wo die Brücke festgemacht werden soll. Also, entweder hier festgemacht, dass sie sich nach da hochzieht. Oder eben, wie ich es jetzt gemacht habe, dass sie sich nach da hochzieht. so, und zwar aus Gabro, Fifi Gabro. Gucken wir mal kurz nach unserem Miner und Amor Smith. So ein Creature, was die Wunden sagen. Okay, er hat sich leichter der linken Hand verletzt. Also, nicht so schlimm, denke ich mal. ja. Gut, als nächstes will ich hier noch Stockpiles hinsetzen. Und zwar einen Weapons Stockpile hier hin. Und einen Amor Stockpile hier oben hin. mit dem hier die Ammo Weapons und die Rüstungen wegnehmen. Sodass hier nur durch Cloth Gems und so weiter drin liegen. Coins und am besten noch einen neuen Finish Good Stockpile hier auf der Seite. Genauso. Und du bist der Amor Stockpile der Weapon Stockpile du nimmst noch Munition mit auf. Wirst du gebaut? Ja, sobald ein Architekt kommt. Und da ist er auch, glaube ich, schon. Ähm. Sag bloß, meine Architekt kommt jetzt da nicht hin, um die Brücke zu bauen. Store Items prepare bla 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 Cloth truck building genau, du. So ein Creature. Äh. Baut ihr das Ding eigentlich oder baut ihr es nicht. Nein, du schleppst den Stein einfach mit hier rum. Ah, jetzt müsstest du endlich anfangen zu bauen, oder? Hungrig und durstig. Hä? Äh. Küche sagt, wir haben jede Menge trinken und jede Menge anderes Zeug. Warum bist du also hungrig und durstig? Aber du baust wenigstens das Gebäude, hä? Hoffe ich mal. und was? Ein Hauler? Ne, 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 wieso bist du unser Major? Du sollst nicht unser Major sein. Du sollst unser Major sein. Und du brauchst Zeug, okay. Bevor du überhaupt daran denkst, irgendwas zu machen. Aber erstmal ist mir jetzt wichtig, dass die Brücke gebaut wird. Das Refuse Stockpile übrigens ist jetzt auch wieder voll. Gut, dann machen wir uns mal jetzt an die Planung erst mal kurz gucken, was die Küche sagt. Die Küche sagt, wir haben Pigtades und Sweet Pots. Haben wir eigentlich schon das ist Fisher Berry Seeds, Dimple Cups Born, Fisher Berry Seeds, Fischer Berries die werden verkocht okay Sieht nicht nach viel aus hier unten in der Küche aber okay wir haben jetzt alles verkocht was wir verkochen konnten das glaube ich jetzt aber nicht Needs Antworten okay gucken wir mal ob der andere wenigstens was liegt hier eigentlich alles rum Hamster Remains und noch mehr und Red Remains okay wir müssen dringend gucken dass wir bald mal einen ordentlich Refuge jetzt auch doch das schon wieder Migranten mal sehen wie viele sind dies mal 1 2 3 4 ach gucken wir einfach in der Unitliste eine ganze Menge 1 2 3 4 5 6 7 8 Stück wenn ich richtig sehe und zwei Kinder ok wieder Leute so nächstes Problem nächstes Thema Joblist Management oh cool der meist kommt immer noch nicht voran table wir brauchen ach das gebe ich jetzt glaube ich einfach mal direkt im Masons Workshop auf kann ich nicht weil da alles überfüllt ist also müssen wir es doch hier machen new orders und zwar ein stone weapon rack ein rock weapon rack machen wir mal zwei stück max priorität und ein rock amor stand auch zwei stück und zwar auch mit max damit wir nämlich hier in diesem bereich in dieser zone hier eine trainings halle einrichten können und für alle fälle grenzt sich jetzt mal hier die zimmer noch mehr ab dass nur der bereich hier dann trainings halle wird